Majurasana, der Pfau. Eine Gleichgewichtstellung, die Armmuskeln und Rückenmuskeln fordert. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Vajrasana, der Fersensitz. Von hier gibst du die Hände auf den Boden, die Ellbogen in die Nabelgegend, gibst den Kopf nach vorne und hebst dann die Beine hoch. Idealerweise ist, wie bei Felix, der Körper ganz gerade von Fersen bis zum Kopf. Majurasana stärkt die Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Beinmuskeln, aber vor allen Dingen ist es eine wunderbare Massage für die Bauchorgane. Svatmarama in der Hatha-Yoga Pradibhika sagt, dass Majurasana alle Doshas in Harmonie bringt, das Verdauungsfeuer aktiviert und alle Unreinheiten beseitigt. Ja, soweit zum Majurasana, zum Pfau. Es gibt viele Variationen des Pfaus und die findest du in der Yoga Vidya App, wie auch auf wiki.yoga-vidya.de. Ja, soweit zum Pfau.